Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Quest zur verhärbten Küste anzunehmen bei Alonso's Foul in dem Neservlich-Tempel an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest nun an und darf mich nun zu dieser Position begeben. Mir wird kein Portal geöffnet und nichts, also ich habe nichts gefunden. Vielleicht, wenn ihr was habt, dürft ihr was gerne posten in den Kommentaren. Da ich selber nicht fliegen kann, darf ich zum Flugmeister. Und auf die, an die verhärbte Küste fliegen. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch meine Videos helfen, ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben dürft. Was mich auch freut, ist, wenn ihr mich abonniert. Dann bin ich besonders motiviert, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Dann fliegen wir nun zu diesem Flugpunkt, die Wetterklippe. Hätte ich auch hinunterspringen können. Liebe nicht. Das passt so. Nun fliege ich über die Stelle, wo ich hin muss. Aber von diesem Flugpunkt aus kommt man ziemlich flott hin, glaube ich. Mount der auf. Und da auf geht's. Defektiven benutzt. Habe mich ins Wasser fallen lassen. Sieht gut aus. Quests ist dann abzugeben bei Elta Liste. Auf der verhärbten Küste. An dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.